Liebe HSC-Familie, mit unserer Aktion gemeinsam zu 10'000, wollen wir in den verbleibenden vier Finalrundenspielen unsere Zuschauerzahl über die magisch 10'000er-Marke katapultieren. Und neben Wacker Thun damit die einzige Mannschaft, die das in der Regular Season 16-17 arbeitet. Der HSC Surarau und Stadtpolizei Aarau beten alle Matchbesucher und Matchbesucherinnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder auf den befestigten Parkplätzen im Flösserplatz oder der Schamse zu parkieren. Der Fussweg zu der Schachenhalle, dem begeisterndsten Handballhexenkessel der Schweiz, ist kennzeichnet. Danke für eure Berücksichtigung und weitere Unterstützung. Auf geht's HSC! Falten wir sie zusammen!